Ich habe vorhin so einen Brandversuch gemacht. In diesem Bereich ist mein Mittel drauf und andere nicht. Und dann ist es mir leider nicht so gut gelungen. Jetzt versuche ich noch mal, mit Schlamm durchzukommen. Das ist ein ganz normaler Karton. Ich halte hier Glut. So sieht es hier Glut. Andere sagt jetzt immer noch Heile. Die Flamme kommt gar nicht durch. Andere sagt jetzt natürlich was anderes. Wenn ich hier verflammen würde, würde komplett durch sein. Man sieht schon hier, der brennt durch hier. Aber hier ist die Flamme gar nicht durchgegangen. Dankeschön.